Aufnahme läuft? Aufnahme läuft. Irgendwie habe ich die letzte Aufnahme gar nicht richtig beendet. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ist auch egal. Ne? Okay. Was wollten wir machen? Was wollten wir zuletzt machen? Wir wollten irgendwas machen. Ich wollte durch den Spiegel gehen. Diese Katze im Hintergrund macht mich nach wie vor fuchsig. Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Dann, dann, dann. Nee! Petit Lopé sagt, hallo YouTube. Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Sebastian betritt den Stem. Kidman rät ihm die deutsche Texte und weckt Mensch. Das konnte ich ja gar nicht schnell genug lesen. Es tut mir leid, wenn ich immer so mache. Das ist einfach so. Es tut mir ganz doll leid. Lilly, was ist los? First Person. Also so Pine of You Aufnahmen sind irgendwie... Ich finde es mir leid. Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Ja, das ist kaputt gemacht, ne? Du bist ein Scheißkind. Mama kann das reparieren. Ja, Papa macht das nicht. Sie kann alles reparieren. Papa ist ein fauler Sack. Haha. Yay. Danke, Papa. Wie es sich freut. Hä? Oh Gott. Sind Kinder wirklich so einfach zu begeistern? Sebastian? Sebastian schon wieder am Tag trinken? Der sieht so komisch aus. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Naja, du schwitzt. Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ich sag mal, er war ein schlechter Vater. Er war garantiert ein schlechter Vater. Jeder Vater ist ein schlechter Vater. Bis auf meinen. Meiner ist... ... wechseln. Ja, das hast du aber noch rechtzeitig gemerkt, ne? Eigentlich bist du aufgewacht. So. Wo ist er wie? Wo ist er nu? Nur ist er weg. Ist das der richtige Ort? Nö. Wo sind die Jungs? Habt's da. Hey. Wo meinst du hier? Wunderschönen guten Tag. Evie? Der Diaprojektor. Oh, ich hab'n Diaprojektor vergessen. Evie, jetzt hab' ich's vergessen. Ach, das tut mir leid. Wir wollten zum Diaprojektor hier nochmal A drücken. Das machen wir ein andermal. Das machen wir ein andermal. Erinnere mich einfach später nochmal. Wenn ich da in den Chat gucke. Genau, mach's mal weg. Das ist ja total unordentlich hier. So, Moment. Ich muss mal kurz hier aus dem Spiel raustappen. Mal kurz aus dem Spiel raustappen, weil da war grad was im Chat und das hat mich am Lesen gehindert. Bin wach. Kann weitergehen. Sandwirbel. Aua. Aua. Die Klipperin muss erstmal in Urlaub. Es tut mir schon mal sehr leid, aber ich kann leider keine Clips mehr machen. Du kannst nicht. Die Klipperin muss in den Urlaub. Na gut, okay. Das, du bist entschuldigt, ja. Aber das nächste Mal bitte drei Wochen im Voraus Bescheid sagen, Sandwirbel. Find's ja witzig. Wann, wie lange ist der letzte Stream während? Du hast genau heute wieder geschafft. Cool, cool. Neuer Stammkunde dazu. Und du hast gleich unter Beweis gestellt. Hast du übrigens das Best-Off gesehen? Sandwirbel. Auf YouTube. Oh Gott, sieht die Kui drecksch aus. Ist zu. Ich mein, das ist aus Glas, ne? Du kannst doch einfach durchschlagen mit der Faust. Und wir sind im Stamm. Unsere Verletzungen sind doch eigentlich eh wurscht, oder? Ich würde ganz anders an die ganze Sache rangehen wie er. Und das hier sieht aus wie, es gab einen Platz bei Saw 2 war das, glaube ich. Das sah genau so aus wie hier. Und da gaben da in der Mitte nämlich so ein scheiß Getrieberätsel. Und ich hab die Getrieberätsel gehasst bei Saw. Ne, Quatsch, nein. Die Getrieberätsel waren die einzig coolen. Die, die... Was waren die anderen? Die Ventilrätsel, die waren kacke. Müssen wir jetzt in das Bild reingehen? Das ist wie bei Super Mario 64. Es handelt sich dabei um einen späten Trollosko-Flirtus. Das bemerkenswerte an seinen Bildern ist, dass er stets nur Türen gemalt hat. Und alle, die Zimmer um 102 hatten. Man könnte eigentlich meinen, das wäre sein einziges Motiv. Aber dem genaueren Betrachter fällt auf, dass das Schlüsselloch jedes Mal an einer anderen Position ist. In diesem Fall ist es zum Beispiel über dem Türgriff eine eigentlich sehr untypische Position für ein Schlüsselloch. Aber in den späten 80ern des 25. Jahrhunderts war das in den Südoststaaten der Westfrancy sehr weit verbreitet. Und man vermutet, dass er den Großteil seines Lebens in der 120 zugebracht hat. Und dass er nur die 102 gemalt hat, ist eine kleine Adaption der Realität. Aber sein Vater hat ihn immer verprügelt mit einer Socke. Eine Socke voll Wolle. War kein sehr kluger Vater, aber er hat sich stets bemüht. Und Sebastian muss kacken. Okay. Wir drehen uns jetzt rum. Und da wird garantiert keiner stehen. Ah! Da ist eine Tür. Kann ich hier drum rum? Haha, fick dich Tür. Ich geh einfach da hinten lang. Das machen wir nicht. Wer wohnt da? William Baker. The Baker Man is baking bread. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich geh trotzdem hin. Ich meine, das ist ja definitiv eine Eingangstür, ne? Eine Wohnungseingangstür. Und warum sollte dahinter ein Flur sein? Das ist doch dumm. Wir gehen doch jetzt nicht ins Hotel. Kack. Ich denke mal, die sind alle zu. Lucky Lucky. Noch mehr Lucky Lucky. Bilder von Augen. Das ist immer schön. Wenn ich ein Hotel baue, hänge ich da auch lauter Augen hin. Und die kleinen Kameras da hinten. Sandwirbel, YouTube-Namen. Was zur Hölle? Du musst dir jetzt mal ein bisschen Mühe geben mit Google. Das kriegst du raus. Holy shit! Das ist wunderschön. Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Jetzt nicht mehr. Und wie schön die Splitter des Schädelknochens sich im Raum verteilen. Und jetzt spulen wir wieder zurück. Ist das da ein Ohr? Ne, ne, die Ohren hat er beide noch. Mup! Kannst du da reingehen? Ich würde ihn lieber nicht anfassen, sonst bleibt er tot. Schnell, halt den Finger rein in die Wunde. Pum! Ne, ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich gehe wieder raus. Das ist mir zu spacig. Gibt es noch eine andere Platte? Irgendwas schmissiges. Irgendwas mit... Hey, plötzlich denke ich an Sherlock Holmes. Da müsste aber noch B stehen. Wir müssen ein Foto machen. Der hat Kopfhörer auf. Der hört Musik. Sterben mit Stil. Der hat auch so ein Sprechfunkgerät. Ist der jetzt tot oder kann man dem noch helfen? Das ist quasi ein 3D-GIF. Hä? Schon irgendwie. Bluh. Sehe ich jetzt vielleicht was, was ich... Der Schütze muss ja hier gestanden haben, oder? Genau. Der Anführer des Teams. Eine Kugel. Direkt durch den Kopf. Ich kann auch nichts klippen. Kann man gar nicht mehr klippen. Das ist ja interessant. Mehr nicht. Wir gehen da einfach nur rein. Ich meine, das hätte ich jetzt auch von draußen aus sagen können. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Danke, Sebastian. Dazu musst du nicht deine Hand in die Glibber-Gelantine-Wand stecken und durchlatschen. Ich meine, vielleicht hast du jetzt Space-Aids. Wer weiß. Das war es nicht wert, die Erkenntnis. Wie gesagt, ich würde an die Sache völlig anders rangehen als er. Hallo? Musik ist aus. Musik ist aus. Na gut. Da mache ich halt meine eigene Musik. Belichtungskammer. Ich rieche ein Dia. Sind die Dias? Was ist denn hier überhaupt? Da ist ein bisschen Fleisch. Nochmal Fleisch. Fuß, Hand. Auge. Und das da ist wohl... Was ist denn das? Sieht aus wie ein Schniedel. Ich glaube nicht, dass es ein Schniedel ist. Was ist denn hier? Information. Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Vielleicht nicht. Vielleicht ging es ja genau darum, den Moment des Schmerzes und der Trauer einzufangen. Und die Brutalität. Und wie sinnlos doch alles ist. Und wie vergänglich ein Leben. Du hast überhaupt keinen Kunstgeschmack, Sebastian. Echt nicht. Echt. Von hinten in die Eier treten. Mit 5 Meter Anlauf trete ich ihm von hinten in die Eier. William Baker. Baker. Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Naja, nicht wirklich. Er war ja geloopt. Lustiger Film-Looper, by the way. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist sowas überhaupt möglich? Kamera auf. Film rein. Kamera zu. Foto machen. Film raus. Vorsicht. Nicht überbelichten. Wir können zoomen. Oh yeah. Zoom verbraucht Ausdauer, wie es scheint. Ne, doch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Das Foto hat sogar noch mehr Details als die Realität. Ach. Ach, es geht noch ums Klippen. Ihr könnt nicht klippen. Ach, Baume, den gibt es sicher noch gut. Das bisschen Hirn, das da rausspritzt. Ne, hey. Der ist Truppführer von unserem Elite-Team. Wie viel Hirn wird der wohl brauchen? Der kann doch bestimmt auf ein bisschen was verzichten. Kann man sich hier verstecken? Das wäre schlecht. Man kann sich nicht verstecken. Das ist gut. Bist du noch da? Hau mir bloß nicht ab, du. Ich breite dich im Auge. Ich komme nachher noch mit einer Videokamera und dann machen wir eine Slow-Mo-Aufnahme von dir. Noch mehr Slow-Mo. Sieht dann aus wie ein Foto. Bewegt sich so langsam, dass man denkt, es läuft rückwärts. Wir müssen noch 39 Hinweise finden, habe ich gelesen. Was? Wo? Hä? Oder hinein. Wovon redest du? Ach so, da ist eine Tür dahinter. Das ist eine Tür. Das ist ja... Ach so. Ach so. Sandwirbel, mal kurz den Bot anwispern. Und dann sollte es klappen. Was hat er denn nur mit seiner Hand gemacht? Die Bandagen sind weird. Okay, kommt mir das Haus irgendwie bekannt vor? Wir sollten doch eigentlich in dieses Dorf kommen, oder? Nee, in diese Kleinstadt. Geht es auf? Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich möchte nichts unversucht lassen. Wir sind doch jetzt nicht in diese Kleinstadt. Ist das dann safe? Was ist denn das für ein... Wie sinnlos? Das ist ja sinnlos. Hat uns eigentlich mal einer eine Pistole mitgegeben, oder so was? Psst. Psst. Jeffrey? Schluss. Was macht ihr hier für Deals? Die EWI gibt dem Mastertax 100? 500? 500? 500? Schon wieder? IWI, was ist los? Von... Von wo? Ach da. Hallo? Klingelt gar nicht mehr. Brauchen wir auch nicht rangehen. Hallo? Scheiße. Wer war das? Das war ein schlechter Klingelscherz. Horrorbaume, Horror. Ach so, Jeffrey, Horror. Ach so. Ach so, du willst ja Horror. Manuela, Roberto. Muss mir das was sagen? Ist das die Schwester vom Rubik? Feueralarm? Zu? Klingelisch reich. Ich versteck doch immer... Ich verschenke doch immer den Bart. Ach so, aber gleich so viel, IWI. So viel auf einmal. Das war... Das ist halt echt, als würdest du... Gar keinen Wert drauflegen, einen Bart zu haben, IWI. Das tut mir ein bisschen... Tut mir ein bisschen leid. Wie du so ein... Großen Faktor deines Lebens einfach wegwirfst. Arme, arme. Ich finde, wir haben uns verlaufen. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wo du drucken bist. Stimmt. Oh, was ist das? Information 2. Aha. Ein verzierter Brief. An Bewerber SV. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unseren Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Menden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Mu-Center. Mu... Um vom Bewerber auf Probe zum Mu-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Okay. Also das ist die Gang der Putzfrauen. Handschriftlich auf der Unterseite, Rückseite des Umschlags vermerkt. Lügen. Alles Lügen. Alles Lügen. Na gut. Gibt doch keine Reinigungszeremonie. Die Putzfrauen wurden alle gekündigt. Wir sind im Grand Hotel. Wichtig bei Hotels ist auch, wenn ihr selber eins baut, baut die Reklame fürs Hotel immer so, dass man sie vom Hotel aus sehen kann, wenn man drin ist. Ja. Nicht, dass man mal vergisst, wo man ist. Oder so sagt sie. Hey, yo. Wir haben voll den schönen Urlaub im... Ah, shit. Jetzt hab ich den Namen von unserem Hotel vergessen. Nein. Große Reklame vor alle, vor allen Dingen vor die Luxussuiten knallen, dass die die ganze Nacht reinstrahlen. Hilfe! Hilfen Sie mir! Du musst ziehen! Du musst ziehen, Mädchen! Verdammt! Was geht hier vor sich? Das Beste du jetzt drücken müssen. Ich kann alle nicht lesen. Ich gehe hier hoch. Im Grunde chillen. Geht leider nicht. Ist da was dahinter? Nein. Okay. Ich hätte wirklich gerne eine Schusswaffe. So ist es nicht. Wie hoch geht denn das Treppenhaus noch, ohne dass da eine Treppe ist? Oh! Der Voxel hat einen Clip gemacht. Das geht ja doch. Das geht ja doch. Mensch. Ich lache halt gerne ins Telefon, Bob. Ach, Jeffrey. Du warst das! Kommt sie nochmal? Nein. Okay. Diese Vorhänge sind geil aus. Ein bisschen, als würde man hier in einen großen Darm schlüpfen. Das ist vielleicht das Arschloch hier. Und jetzt sind wir im Enddarm. Okay. Palim, palim. Hi. Gut reagiert, Sebastian. Sehr gut. Was war das? Beschissen reagiert, Sebastian. Ganz beschissen. Ganz, ganz beschissen. In Deckung gehen und Deckung verlassen. Rechten Button halten. In Deckung gehen. Wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol. Abbildung 1. Oh Gott, das liest sich wie ein Ikea-Baukatalog. Warum ist jetzt alles anders? Da, da, okay. Wenn Abbildung 1 erscheint und sie die Schraube 12 aus dem Kasten 36 B haben, aber auch nur, wenn es sich um das Produkt C handelt mit der Unterkategorie und der Ausklappfunktion, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. So, da kann man auch noch weiter blättern. Es gibt nämlich noch mehr. Pass auf. Bewegung in der Deckung. Mit LS, ne, das ist der linke Stick. Andere Deckung entlang bewegen und um Ecken um drum herum rum rum rum. Und hindurch. Wenn du in der Nähe einer Ecke in Deckung bist, wird ein Pfeil angezeigt. Bewege dich mit dem linken Stick in die angezeigte Richtung. Abbildung 3. Um die Ecke herum zu rumdummen und die Deckung nicht zu verlassen. Alles klar soweit? Klar soweit. Wir brauchen jetzt einen Fotoapparat. Können wir die krassesten Dias mitmachen? Bin ich jetzt in Deckung? Jetzt bin ich in Deckung. Wer zum Teufel war das? Das war der Boogeyman. Das war der, der hier die ganzen Bilder aufgehangen hat. Wie kann ich denn wieder aufstehen jetzt? Okay, das ist Deckung. Und das mit dem um die Ecke drum rum? Ah. Ah, guck mal, wie gut ich um die Ecke gehen kann, ne? Das ist, als würde es durchgehen, aber nur ganz knapp daneben. So, wieder aufstehen. Okay. Das kriegen wir hin. So, wieder rein in die Götter speisen. Einmal Motorboot fahren. Wie der Anführer des Teams. Die Musik ist schön. Ja, aber der ist auch noch nicht tot. Ich meine, das ist jetzt ein Schnitt durch seine Weichteile. Aber davon stirbst du ja nicht sofort, würde ich sagen. Da liegst du ja erstmal dabei. Also dem könnte es noch gut gehen. Der Anführer mit dem offenen Hirn, das ist wieder so eine... Ja, da muss man dann wieder eine Kosten-Nutzen-Frage machen. Wie viel braucht der Mensch eigentlich? So, gerade im STEM. Ist auch wieder anders alles. Okay, das ist anscheinend der Manager. Ich finde den Effekt sehr geil. Auch diese leichte Rot-Blau-Verschiebung, die man hier sieht. Das ist, als würde man durch den Prisma gucken. Sehr, sehr nice. Ich finde es übrigens witzig, dass man von hier aus die gegenüberliegende Ecke nicht sieht. Also nur die, die auf unserer Seite ist. Das sind alles so Sachen, die ich sehr schön finde. So, gehen wir mal weiter. Genug gequatscht. Ganz wichtig dabei ist die Schlafsofa-Funktion. Natürlich, natürlich, Semi. Wir lassen uns per Air-Drop jetzt immer Schlafsofas droppen, wenn wir Deckung suchen wollen. So ein bisschen wie bei Metal Gear Solid. Nur andersrum. Da kannst du doch durch. Das ist doch nicht zu. Das ist doch nicht zu. Dann müssen wir drücken. Sebastian, drücke. Drücke fest, als würdest du auf dem Pott sitzen. Sebastian will nicht mitmachen. Kommt, dann nimm dir das Leben. Ich muss einen Weg herausfinden. Erstmal eine Runde hinsetzen. Wobei der Stuhl sieht ein bisschen kippelig aus. Warum willst du denn schon wieder raus? Wir sind gerade erst angekommen. Hier sind überall tolle Bilder von irgendwelchen Mündern und Augen. Und Leute rennen rum, die einen aufschlützen und in GIFs verwandeln. 3D-GIFs in Götterspeise. Das ist das Götterspeise-Image-Format. Oh, ein Auge mit einer Iris. So wie eine Kamera. Nicht schlecht. Soll ich doch runterhopsen? Ich glaube, nein. Runterhopsen ist scheiße. Das ist neu. Das ist neu. Das Pendel war vorher noch nicht da. Ich bin mir sicher. Ich wusste, dass es passiert ist. Ich bin richtig erschrocken. Hinterher. Wer hat hier die Leiche geklaut? Ich habe es genau gesehen. Die war für mich. Ich hatte Hunger. Was ist denn das? Was habe ich denn alles an meiner Tasche? Ist da nichts Nützliches dabei? Irgendwie ein Messer oder so? Ein Foto eines weiteren Opfers. Oh, man kann es auch umdrehen. Nice. Das reflektiert aber ganz schön. Noch eine Schuss? Das ist doch der gleiche wie vorhin. Foto eines weiteren Opfers. Das Deckungssystem Björn. Oh, Patschi. Dankeschön für den Haus übrigens, by the way. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Jeffrey, bringen wir ihn hier mal aus dem Konzept. Ganz schlimmer Mensch. Wer war das? Sicher der neue Hubik. Hubik. Klaus Ottkar. Wie der auch immer heißt. Beides. Rubik und Rubik. Der hatte einen Doppelnamen. Rubik war, glaube ich, sein Künstlernamen. Das ist eine Möbius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als wäre mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Finde ich geil. Der bringt die um, freest die in der Zeit, baut danach dann das Setup auf mit der Kamera und der Belichtung und so weiter und gibt sich richtig Mühe, ein geiles Foto draus zu machen. Irgendwie hat das ja schon was. Aber wer das ist, der hat ja gesagt, dass die Lilly der beste Kandidat, der beste Kernkandidat war, um Bewusstseinses, ja, das Plural von Bewusstsein, Bewusst ihre, um Bewusst ihre, oder eure, Bewusst eure, Bewusst seine, da rein zu pumpen und drin zu lassen. Also vielleicht sind die Leute, die da drin rumspuken im Stem, gar nicht mehr an den Stem angeschlossen. Das ist ja auch im ersten Stem passiert. Das waren nämlich die ganzen Endbosse. Das waren irgendwelche Typen, die es echt gab. Und die haben ihr Bewusstsein dann im Stem verloren. Ja, die haben es nicht mehr abgeschlossen bekommen. Und sie hat sich ganz viel Müll angehäuft in dem alten Stem. Und der Rubik hat sich diese vermüllten Bewusstseinse, ihresse, quasi genommen und die so getwistet und gedreht, dass er die seinen Willen unterworfen hat. Der hat die quasi gefoltert und geknechtet und hat daraus dann diese Bestien erschaffen, ja. Diese total abgedrehten Monster. Das Geilste war ja in der Tiefgarage, finde ich. Und die Viecher hat er uns dann auf den Hals gehetzt. Das waren quasi mal echte Menschen. Also die Bewusstseinsabbilder echter Menschen, die im Stem den Verstand verloren haben. Was ja so an und für sich gar nicht mal so schwer ist. Aber Sebastian ist doch jetzt ja im Hund. Ne, ist er nicht. Der war auch ein paar Mal kurz davor zu mutieren. Da kamen ihm schon die Büsteln aus der Nase geschnoschen. Als hätte er das Backpulver mit dem Koks verwechselt. Das ist nicht echt. Seht ihr das? Das ist gar nicht festgemacht. Daran sieht man, dass wir im Stem sind, ne. Muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Da hat irgendjemand ein paar Pausenbrote liegen lassen. Wir auch. Pausen Döner hängen lassen. Dönerspieß. Wahrscheinlich. Ich rate nur. Wäre die leichteste Erklärung. Wahrscheinlich nicht die naheliegendste. Auf jeden Fall die angenehmste. Ich mache die Taschenlampe aus. Bin mir gar nicht sicher, ob die das sehen können oder nicht. Lass mal an. Nur um zu gucken, ob sie das sehen können oder nicht. Es gibt so Sachen, die muss man einfach mal ausloten in dem Spiel, ne. Jetzt nervt es mich. Geht von ihm vielleicht eine Lichtquelle aus? Das wäre nicht schlecht. Dass er so einen blauen Schein hat, bürte ich mir ein. Könnte ich schon erahnen, wo er ist. Nämlich da hinten. Oder ist das da nur ein Scheinwerfer? Aber da er sich eh porten kann, brauchen wir eigentlich gar nichts zu verstecken, oder? Da könnt ihr jederzeit hinter mir spawnen. Ja, das ist Quatsch. Ich verstecke mich da nicht. Ich bin nur ein Mann. Ein Mann mit einer Hose an. Hä? Ihr seid witzig drauf. Macht das nochmal. Wenn ich euch einen Finger ins Bild stecke, müsst ihr dann blinzeln? Mir darfst du solche Bilder nicht in der Wohnung aufhängen. Ich würde nur Quatsch mit dem Mann. Zitronensaft ins Auge spritzen und so. Oh, der sieht cool aus. Das ist wie ein Gemälde aus Milch. Saure Milch. Hämelde aus Milch. Hämelde aus Milch. Sind das Menschen Teile, die er wie Puppen dahin gehangen hat? Ich habe irgendwo was quietschen gehört. Egal. Gibt es hier einen Reise... einen Museumsführer oder so? Einen Guide? Irgendwelche Ohrstöpsel? Rebirth. Der Rehvogel. Ja, Milch mit Erdbeermarmelade. Gutes Frühstück. Gutes Frühstück. Kann man rein? Das ist Stacheldraht. Das haben die Leute nur immer mit dem Stacheldraht. Weißt du? Oh, ich muss irgendwie die Leichenteile aufhängen. Oh, jetzt haben wir hier nur Gafferband und Paketbinder. Oh, ich brauche aber den Stacheldraht. Günni, geh nochmal rüber zum Baumarkt. Hol mir nochmal 10 Meter Stacheldraht, bitte. Und dann hätte ich noch ein paar Glasscherben. Und vergiss nicht die Milch mit... ...der Erdbeermarmelade. Und wir nehmen mit Erdbeermarmelade. Ja, kein Ketchup. Ich bin vegan. Wenn es ums Morden geht. Kann ich hier was anfassen? War ich nah genug dran? Es ist nichts aufgeploppt, aber vielleicht... Das ist auch ganz geil. Dadurch, dass der das jetzt hier in seiner... ...Götterspeise-Image-Format hat... ...wird das nicht schlecht. Das vergammelt nicht, das Fleisch. Es stinkt auch nicht. Es ist genauso frisch, als wäre es gerade abgeschnitten worden. Dein Steak bleibt quasi immer blutig. Das ist sowas wie der Superkühlschrank. Sollten wir hier schon drin sein? Ich glaube, ich sollte mich vorher erst nochmal... ...ne Runde umschauen, ne? Irgendwas knurrt mich an. Wir wollen nochmal sprinten. Ich dachte, hier wäre sprinten. Hier ist sprinten. Ah, hallo. Warte mal, hier ist sprinten? Da ist sprinten. Genau, das andere war ducken. Ich habe mich gerade an die Wand ran geduckt. Deshalb sah es kurz so aus, als wäre er gesprintet. Hier gab es doch aber noch mehr. Hier gab es doch noch mehr. Oder? Hier war doch noch mehr. Hier ging es doch überall hin. Nee, nee, nee. Nee, geht nicht. Nee. Nee. Aber ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück. Es tut mir leid. Ich bitte mal, da ging es doch irgendwo die Treppe hoch oder so. Da, wo das Pendel ist. Oder in die Tür rein. Oder ich habe keine Puste mehr. Sebastian, der macht doch Pause. Der macht doch Pause. Ach, der quält ist ja einen ab, ne? Er stolpert erst noch ewig weiter. Hier geht es doch noch hoch. Ne? Hier geht es nicht hoch. Hier geht es gar nicht hoch. Oh, wir hatten mich da jetzt schon wieder gelogen. Okay, gehen wir halt zurück. Gehen wir halt zurück. Ja, mein Gott. Ich würde nichts verpassen. Hätten wir beinahe den Haufen Dreck auf der Treppe verpasst. Na, Mensch. Was hätte uns das nicht in der Stunde noch gewohnt? So wie bei... Oh, geh doch nochmal zum Beamer und drück den A. Sowas. Sowas wäre das dann geworden, nämlich. Da bin ich doch eigentlich ganz froh, dass wir uns die Minute Zeit genommen haben. Und nochmal zurückgegangen sind. Nochmal in sich gehen. Nochmal in diesem schönen Bild hier vorbeilaufen und sagen, Och, Mensch. Die ist ja... Die hat ja ganz schön viele Arme, fällt mir gerade auf. Was hat denn das eigentlich mit Wiedergeburt zu tun und so? Warum hat er den Rosen in den Kopf gesteckt? So, die Arme, das wären ja immer mehr. Sieht aus wie Flügel vielleicht, so. Sie hat auch gar keine Beine. So, ist sie vielleicht ein Engel. Was macht sie mit den Leichenteilen? Warum sind die eigentlich zerschnüppelt? Lies sich das jetzt besser in der Form arrangieren, als wenn sie denn Leichenstar gewesen wären? Oder was ist daran gut jetzt? Sowas, wie wir Künstler damit ausdrücken. Sowas halt. Tschüss. Wie abgekratzt die Tür ist. Also, als wären hier schon ein paar Leute gefangen gewesen in dem Fahrstuhl. Ein Milchgemälde, ne? Mit Erdbeermarmelade. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Ich mag den Künstler auch sehr schön. Ich habe das Gefühl, Sandwürfel freut sich das heute. Sie hat das bestimmt schon ein paar Mal irgendwo gesehen. Und dann kommt irgendwer daher und alle fanden es bis jetzt scheiße, nur ich nicht. Finde ich toll. Und Ruben wurde von Sebastian genannt, Baume. Was? 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 Was sagt der Kuro? Und Ruben wurde er von Sebastian genannt. Ich nehme trotzdem Sebastian, auch wenn er Sebastian heißt. Hol dir doch ein Autogramm von ihm, Baume. Ich werde mir definitiv ein Autogramm von dem Künstler holen. Ich denke mal, er würde es mir mit seinem Messer in die Brust ritzen. Und dann würde er mich in Gelatine verwandeln. Aber vegane Gelatine. Ducken, 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 ducken. Es ist der Falsche. Ich muss den Rechten drücken. Das werde ich nie lernen. Das werde ich nie lernen. Vielleicht muss ich doch nochmal die... Ne, ich fand es ohne Taschenlampe deutlich besser. Scheiße. Hallo. Ihr seid gar nicht in Götterspeise gepopelt. Ja. Ja, here we go again. Es ist alles wieder krank. Nice. Hoi. Die haben extra gesagt. Die wollten so eine kleine Vorstadt bauen. Damit sich die Leute wohlfühlen, wenn sie im Stem landen. Damit sie was Vertrautes haben. Was schön ist. So zur Entspannung. Mit Vogelgezwitscher. Und kleinen Häuschen. Und ne Tante Emma laden. Wo man dann erstmal so sich festigen und fassen kann. Und wie sieht es im Stem wirklich aus? So. So sieht es im Stem aus. Das ist der zweite, der Optimierte. Optimierte. Das ist ja auch noch der Optimierte Stem. Das ist ja die tolle neue Version. Und sieht wieder aus wie ein Schlachthaus. Das ist ja geil. Ihr solltet mal aufhören, nur Psychos da reinzustecken. Vielleicht den Stem mal ein bisschen sauber halten. Übrigens, by the way. Den Stem sauber halten. Da sag ich gerade was. Das war nämlich genau der Job von dem Quadratschädel-Heini. Falls ihr euch erinnert. Der sich einfach den Kopf abreißen konnte. Dann hat er den wohin geworfen. Und dann ist er aus dem Kopf wieder neu rausgewachsen. Und konnte damit durch Türen gehen und so. Ich meine, man kann auch durch Türen gehen, indem man sie aufmacht. Aber der hat den Kopftrick gemacht. Der war ziemlich cool. Der hat immer so eine fette Achse bei irgendwelchen Stacheldrahtminen gelegt. Weil nichts ist cool ohne Stacheldraht. Und der hatte tatsächlich den Job, in das Stem reinzugehen und aufzuräumen. Und die ganzen Bosse gegen die wir im Endeffekt gekämpft haben. Die sollte er ausschalten. Weil Rubik die wahnsinnig gemacht hatte. Und er sollte die halt einfach bewusst sein. So aufhetzen. Oh, hallo, mischte Baume. Sind Sie bereit für irgendeine Aufnahme? Da hat jemand ein Auge auf mich geworfen. Okay, okay. Aber bitte die rechte Seite. Das ist meine Schokoladenseite. Da habe ich nur ein bisschen Schokolade kleben. Ich kann mal bitte aufhören, hinter mir immer umzudekorieren. Das ist voll frech. Kann ich jetzt ein Foto machen oder wie? Von wem mache ich denn jetzt ein Foto? Wo zieht er denn da oben an den Strippen rum? Mädchen, wache auf! Da komme ich nur darauf, dass du eine Frau bist. Du hast die Arme vor der Brust verschränkt. Du bist bestimmt keine Frau. Ne, das sind eindeutig Fußballer waren. Whatever. Okay, gut, Mädels. Dann, äh... Ne? Mach keinen Unfug, solange ich weg bin. Guck nicht so lange im Fernsehen. Oh, scheiße. Da Sneaky Bastard. Ey, da hatten wir aber Glück. Das war der Erstkontakt. Und er hat uns nicht umgebracht. Hat er mir den anderen auch nicht gemacht. Der ist ja weggerannt zuerst. Wahrscheinlich ist das so sein Ding. Der will uns erst ein bisschen Kirre machen. Oder? Wahrscheinlich. Warum ihm mordt die? Ach, du Scheiße. Jeffrey. Fuck. Jetzt mag der mich auch noch. Jetzt muss ich mich benehmen. Das Auge ist größer. Bin ich kleiner geworden? Ne, ne. Das Auge ist größer. Schade. Ich wäre gern geschrumpft. Könnte ich mich besser verstecken? Könnte ich ihm seine Schnurrsänkel zusammenbinden? Und er merkt es nicht? Ja, ha, ha. Hallo, Phoenix. Phoenix Crew-Tü. Crew-Core. Crew-Core. Jetzt habe ich es. Crew-Core. Darum habe ich nicht immer nur den Phoenix. Genau. Ich stolper immer wieder über Namen. Trotzdem. Ein Wunderschön. Jetzt bitte der Spiegel. Okay, wer erkennt das Lied? Boops edited again von Britney Spears. Ganz genau. Was zur Hölle? Der hat aber schnell belichtet. Die Diät war zu heftig, Mädchen. Oh, fuck. Haha. Ich lache einfach mit. Hahaha. Hahaha. Ei, ei, ei. Lauf the best. Lauf, 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 lauf. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Guck auch nicht auf den Stamina-Balken. Ich... Wirst du? Hahaha. Ah. Mensch. Oh, die Kettensäge, die kitzelt so. Hahaha. Hahaha. Eieieieieieieieiei. Aha. Da ist... Durch die Tür kommst du, nehm ich mich durch. Weil du viel zu fett bist. Mist. Ich stecke dir hier fest. Das ist in der Tat ungünstig. Schnell, spring in die Lampe. Ähm. Ich mach ein Foto von dir. Ich mach ein Foto, Foto. Foto von dir? Ähm. Oh, 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 eine Leiter, Mensch, wer, dann, du hast halt das bestimmt schon in einer halben Sekunde gefunden, Kaffee, Kaffee, Kaffee gefällig, hast du, hast du Kaffee, Teechen vielleicht trinken, ein Stückchen Kuchen essen, du hast, wollen wir Pizza essen, du hast eine Pizzaschneider schon dabei, was zur Hölle ist das, ich weiß nicht, ja, aber mit der gehe ich nicht auf den Date, die ist komisch, der erste Eindruck war nicht so gut. Frühstück. Alter, rutscht der gleich aus. Die lacht so, als würde es auf Fotos ein Duckface machen. Lauf, Forrest, lauf. Oh, ein großes Wuschelmonster, Wuschelmonster, nennst du das, Semi? Nein, nein, die hatte eindeutig rasierte Beine, das hab ich genau erkannt. Aber die hatten eine ganz schöne Wespenteil, ich muss auch sagen. Nichts zu hören. Wer weiß, wie lange noch. Ist ein sehr langer, geradeer Gang. Aber auf den Gang wird nicht gerannt. Willst du mich verarschen? Ich mach heute mal ne Ausnahme und renn trotzdem. Hihi. Aha. Ja. Hi. Hey, magst du ein Foto von der Olden machen? Uncool, du Penner. Nein, nein. Äh, blablabla, blablabla, blablabla. Ach, du Scheiße. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Guck dir mal den Computer an. Was zum Teufel geht hier vor? Wir haben ein Messer gekriegt. Sehr geil. Ja, ne, automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensladebalken-Dingsbumsanzeige dann rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regenerierst du schneller. Also such bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstehen und erhole dich. Dann erholen wir uns mal. Oh, Mensch, jetzt geht's mir wieder gut. Ich hab ein Messer. Ha, juhu, Ninja. 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 Das ist ein Touchscreen. Ninja. Da war schon jemand schneller als ich. Fenster aufmachen. Lüften. Lüften. Frische Luft an die Wunde lassen. Kenntet das? Habt euch geschnitten oder hat irgendwo Schorf. So, er macht da kein Pflaster drauf. Da muss Luft dran. Natürlich. Natürlich. Halbes Bein amputiert. Da muss Luft dran. Ist das die Freundin von Dr. Tragerbaume? Äh, Kuro. Er hatte mehrere Freundinnen. Sie haben alle mit ihm Schluss gemacht. Und da hat er sich von jeder das Beste rausgesucht und eine neue Freundin draus gemacht. So in etwa. So in etwa. Die ist bestimmt nur so drauf, weil sie frühst keinen Kaffee hatte. Greenhawk. Ich glaube, so sieht Evie aus, wenn sie keinen Kaffee hatte. Oh, die von Pyramid Head. Oh, oh ja. Genau. Die Freundin von Pyramid Head. Ich finde die Oma echt bäckse. Wir sagten, dass es nur Oma war. Hä? Hä? Nur weil die ein bisschen schlabbrige Knie hat. Gibt auch junge Frauen mit schlabbrigen Knie. Hashtag schlabbrige Knie loben. Schlabbrige Knie. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie sowas aussieht. Ich habe sehr feste Knie. Ja, sehr männliche Knie. Ein bisschen haarig. Aber das gehört dazu, wenn sie männlich sein sollen. Schließlich sollen die Zecken sich auch an irgendwas festhalten können. Männer haben Zecken. Denn es macht uns nichts aus. Wir sind Männer. Was ist denn das? Uh, mein alter Freund. Das Mad Kid. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in diesen Reisespritzen ist unbekannt. Aber was hält dich schon davon ab? Ist dir trotzdem in die Adern zu jagen? Das können auch Gummibärchensaft sein. LB halten. Gegenstand aus Arsenal. Menü benutzen. LB. Für Waffen kannst du Schnellzugriffe festlegen. Wähle eine Waffe aus und weise sie dann mit den Dingsbumsdingensdings. Einen Schnellzugriffsplatz. So. Ich nehme die Spritze, weil wir davon nur eine haben. Äh. Ich nehme die Spritze, weil wir davon nur eine haben. Geilo, Fetzigo. Die stellen ja gar nicht viel Leben her. Könntest du wieder total... Ich kann... Was sind das für riesen Bierflaschen? Ha. Ich ziehe in den Stem. Das Bier ist doch schön. Abo-bo. Cheers. Wir haben die erste... Das erste Date überstanden. Wir haben gleich zwei neue Gegner kennengelernt. Den Foto-Heini und die scharfe Oma. Evi und kein Kaffee. Ob das überhaupt möglich ist? Nur mit weniger Kreißsägen. Ah ja. Ich bevorzuge Vorschlaghammer. Sehr schön, Evi. Okay. Also Kreißsäge weg. Vorschlag haben wir dran. Kann das bitte jemand photoshoppen? Dann haben wir ein Bild von Evi vor 10 Uhr morgens. Da geht's raus. Wo geht's da hin? Ist hier vielleicht ein Spiegel irgendwo? Spiegel? Spiegel? Gibt keine Spiegel. Tagebuch im verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet. Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für diese ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmstmöglichste Szenario ist eingetreten. Aber wenigstens muss ich nicht mehr vortäuschen. Vortäuschen? Ich finde es aber ganz lieb, wenn jemand in der Beziehung vortäuscht, weil er den anderen nicht enttäuschen will. Ist eigentlich nett. Eigentlich ist es eine nette Geste. Diese Dinge, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihre Seelen gnädig sein, gnädig und meiner. Gnadig. Ja, Grammatik, was ist das? Kann man das essen? Informationen wurden hinzugefügt. Drücke die Dingsbums-Taste und wechsle in die Registrierkarte. Informationen, um sie anzusehen. Ich sehe mir Informationen an. Informationen, Inventar. Wir haben noch sechs Tutorials. Speicher-Terminals, Automatische Gesundheit, Sprinten, Entdeckung gehen, Taschenlampe benutzen. Das ist neu. Das haben sie ganz nett gemacht. Wir alle in glücklichen Zeiten. Kann ich mir das DIA nochmal machen? Nee. Nee. Ich muss mir merken, wir müssen noch zum DIA-Projektor. Dieses große Feldmesser ist perfekt geeignet für Schleichangriffe und um dir zu mit Ketten verschlossenen Bereichen Zugang zu verschaffen. Außerdem ist keine Munition erforderlich. Scheiße, ich muss mein Messer nachladen. Kacke, Scholke. Bin gleich soweit. Jetzt. Zack. Nachladen. Gibt es bei Wurfmessern eigentlich einen Nachladen? Irgendwie schon. Warum man hat es mit Ommas, oder? Nee. Ich habe es mit ganz, ganz, ganz... Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Du denkst, wir werden die nicht mehr brauchen, oder was? Denkst du jetzt gut, oder wie? Vielleicht ist das der richtige Ort. Ich will einen Spiegel haben. Ja, genau. Mach erstmal Google Maps auf. Achso. Ich hoffe, du bist hier. Hast du das mit in den Stem genommen? Foto der Familie. Dieses Foto. Ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Aber ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Damals noch. Lilies. Atemroch nach Döner. Und Myra war so schön wie nie zuvor. Stehen wir es auf der Rückseite? I love you, Daddy. Mit einem Schmetterling. Zerschmetterling. Schöne Scheiße ist das. Schöne Scheiße ist das hier. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum. Der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, desto schneller kann ich auch sterben. Danke, Kidman. Halte LB gedrückt, um Waffe aus dem Arsenal auszuwählen. Achso, das ist... On Quick Slot zu 2 Eisen. Ich schieße mit dem heißen Eisen. So, und das jetzt mit Controller. Ihr seht schon. Ich habe mega die Aiming Skills. Ich schieße jetzt auf den Stein. Ja, ich hätte ihn getroffen. Mit ein bisschen Ruhe und Eier in der Hose wird es schon. Zur Not kann ich immer noch auf Maus und Tastatur wechseln. Trotzdem, finde ich, ist das ein schöner Moment, um mal wieder einen kleinen Cut zu machen. Zack. Ich möchte nicht mehr so stundenlange Folgen für YouTube machen. Ich denke, das ist ganz angenehm, wenn man mal so nicht länger als eine Dreiviertelstunde macht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Bei 50 Minuten. Das ist schon wieder länger als eine Dreiviertelstunde. Wird aber wirklich Zeit für einen Cut. Deshalb habe ich auch die ganze Zeit verzweifelt nach einem Spiegel gesucht. Aber mit Spiegeln lassen sie sich echt lumpen. Auch wenn wir schon einen guten Vorgeschmack gekriegt haben auf das, was uns jetzt hier erwarten wird. Nämlich wunderschöne Wespenteilien-Ommers mit Kettensägenhänden. Kreissägenhänden. Da möchte ich bitte konkret sein. Oh. Ist ja YouTube. Was? Schand mal, was ist los? Was ist YouTube? Das wird nix. Wie, das wird nix. Du, Baume. Muss man ein Kettenschwert eigentlich betanken? Klar. Ne, doch. Weiß ich nicht. Wenn es mit deiner Mark V Rüstung verkoppelt ist, dann nicht. Weil die hat genug Strom. Aber wenn du nur ein Kettensägenschwert hast, dann musst du natürlich tanken. Das ist ganz klar. Darüber habe ich mir bei Warhammer 40K tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Die Energieschwerter haben ja auch irgendwie Strom. Dabei, manche davon sind mit der Rüstung gekoppelt. Andere nicht. Die haben ziemlich krasse Akkus. Glaube ich. Nein, doch. Oh. Das ist immer toll. Der Rest des Teams ist doch garantiert auch tot. Wer sind denn die anderen Leute, die hier rumrennen? Wir haben noch andere Leute gesehen. Also jetzt nicht nur den mit dem Messer und der Kamera. Sondern wir haben ja schon zwei, ich sag mal, Zivilisten gesehen, die hier rumrennen und einfach nur gejagt werden und geschlachtet. Sonst wäre es dem Psychopathen, glaube ich, auch langweilig, oder? Wenn man schon so ein Gehirnprojekt hat und da einen Psychopathen reinsteckt, dann muss man auch so ein paar Lämmer und Schafe reinstreuen, dass er sich ein bisschen austoben kann. Wie konnte das denn schon wieder so eskalieren mit dem Stamm? Wie konnte das denn schon wieder so in die Hose gehen? Wie kommt es denn, dass schon wieder überall an irgendwelchen Stacheldrahtketten irgendwelche Leichenteile rumhängen und irgendjemand mit Superkräften durch die Gegend rennt und alle umbringt? Hatten wir das nicht schon im ersten Teil? Hieß es nicht, das ist der neue, verbesserte Stamm. Inwiefern verbessert? Was ist jetzt besser? Hat das Wasser jetzt Milchreisgeschmack oder wie? Was ist an dem jetzt besser als an dem anderen? Sind da mehr Wannen angeschlossen vielleicht? Oder kriege ich gerade eine Fußmassage, während ich einen Horrortrip durchmache? Das kann ja auch sein. Vielleicht wache ich auch auf und habe endlich diesen bösen Zahn gezogen, der mich schon seit Monaten nervt, wo man mit der Zunge nicht so richtig rankommt. Aber das Dämmen an sich selbst innen drin ist immer noch scheiße. Lichtschwerter brauchen auch keinen Strom. Das geht... Jetzt ist aus. Nein, wir sind hier bei The Evil Within. Ich möchte bitte nicht über Lichtschwerter reden. Nicht, wenn uns gigantische Monsterfrauen, die aus mehreren Stücken bestehen, mit Kreissägen jagen. Und der Dude, der uns erst mal das Messer in die Brust steckt und dann einfach... Und dann einfach sich wieder verpisst und lacht. Der hat uns gesehen, der hat einen Narn an uns gefressen. Das wird sich noch eine Weile hinziehen. Das wird sich noch eine Weile hinziehen. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wann der nächste Spiegel kommt. Ivi, ich habe es nicht vergessen. Ich muss noch in den Diaprojektor schauen und A drücken. Ich werde jetzt auf jeden Fall dieses wunderbare Überraschungsein futtern. Und was da drin ist, das sehen die YouTuber in der nächsten Folge. Cheerio!